Fantastisch! Keine Ahnung, ja, wird wohl gleich wieder dazustoßen, wäre aber grad noch da Ähm, jedenfalls hat er sich da verbaut, wie wir sehen Warte, mach nochmal neu, mach nochmal neu, ich geb mein Mikro mal weg, mach nochmal neu die Ansage Ich hab mich verbaut, ne? Ich hab die falsche Farbe genommen Genau Und damit willkommen zurück zur neuen... Oh, scheiße Und damit willkommen zurück zur nächsten... genau Willkommen zurück zur nächsten Runde Clash... Royal Clashcraft, wie auch immer wir das nennen wollen Wo wir grad noch sehen, wie Fred ein paar Fehler behebt, die er gemacht hat Ein paar Fehler? Ich hab sogar in der Mitte die falsche Farbe gebaut und einfach nur eine Zweierreihe gemacht Ähm... Das ist aber nicht weiter schlimm Deswegen bauen wir einfach mal jetzt hier unser Feld weiter, unsere Spielhälfte sozusagen Wir könnten ja... Weißt du, was auch noch lustig wäre? Äh... Ach ne, das kann man glaub ich nicht machen, oder? Man müsste hinterher irgendwie den Kampf simulieren mit ein paar Leuten Das kannst du ja machen Ich hab nämlich mir also so überlegt, wenn später... Die Welt dann einfach, würd ich sagen, zum Download freigeben Für die Leute Wenn das funktioniert, ja Ich denke schon Und dann können die Leute halt selber das noch... vielleicht weiter bauen, oder... äh... Ja, mal gucken Vielleicht auch mal selber hier als PvP-Map nutzen, oder so Keine Art Man könnte das wirklich irgendwie so machen Dann bauen die einen Turm am Ende sozusagen hin Und äh... Ja, quasi musst du dann irgendwie versuchen, dem Gegner da... quasi am Turm irgendwie was kaputt zu machen, oder so Wieso? Du kannst doch einfach das ganz normale PvP-Map nutzen Ja, oder so, ja Das werden wir auf jeden Fall nachher mal machen Dann müssen wir mal ein paar Schutzdinger irgendwie in der Mitte bauen, oder so Das ist uns auch langweilig Ich hoffe mal, das passt jetzt soweit hier Ah, warte, ich hoffe du hast beachtet, wie das dann hinterher... Ich hab geguckt, in dem Bild war es hinten Ich hab jetzt einfach, wo es bei dir hinten, äh... Hinten hell war, hab ich bei mir einfach dunkel genommen Ah, okay Oder ist das jetzt so wichtig? Nee, das ist scheißegal Ist ja eher durch den Fluss dann getrennt, dann passt das schon Ja, das wird so genau, muss das jetzt ja auch nicht sein Ja So kennen wir ihn Ich hab mir überlegt, äh... Man könnte ja jetzt zum Beispiel während der Bauzeit schon mal ein bisschen einfach mal über Ein paar Sachen diskutieren So aus dem Bereich Clash of Clans, Clash Royale Wo man vielleicht sonst in den normalen Aufnahmen nicht so zukommt Einfach mal so Inwiefern Also, Clash Royale ist ja jetzt draußen seit... Ah, ich, also... Draußen generell jetzt hat... Ich dachte, glaub ich, mit so, sagen wir mal ungefähr zwei Monaten Zwei, drei... Ne, warte mal Januar Januar irgendwann, ja Januar kam es raus Dann sind es jetzt ja ungefähr zwei Monate, wie es draußen ist Und... Ja gut, offiziell draußen jetzt seit, äh... Anfang März für alle Und vorher gab es ja nicht für alle verfügbar, aber... Ja, jetzt einfach mal so die Erfahrungen, die wir da schon gesammelt haben Bei, bei, bei Clash Royale Einfach mal zu teilen, einfach mal darüber zu diskutieren Also, ich muss sagen, auf jeden Fall, das Spiel macht mir nach wie vor noch richtig Spaß Das auf jeden Fall, aber das ist... Ich muss natürlich auch dazu sagen, das Spiel macht extremst aggressiv Das stimmt Je nachdem, wenn du da irgendwelche Gegner hast, die da... Was weiß ich... Ey, das Schlimmste ist... Das Schlimmste ist, wenn du auch noch verlierst und der drückt dir dann auch noch so ein Smiley rein Dann denke ich mir so, wo ist der Fick-Dich-Button hier, ey? Ja... So ein richtiger Doppel-Mittelfinger-Button, den du dem Gegner dann am liebsten in die Fresse dreschen würdest Richtig, ja, oder wie bei mir bei der einen Folge, wo der Typ die ganze Zeit diese Hütten-Scheiße gemacht hat und ich am Ende doch gewonnen habe Da... Hier habe ich ihn ja auch ziemlich beleidigt und beschimpft, aber das hat er ja auch verdient, ganz ehrlich, weil ich hasse... Ich finde das ist... Boah, ich finde das ist so eine Assi-Taktik Nein, ihm sind wir da verbaut Das ist wirklich, wenn man... Das hat irgendwie... Ich glaube... Beim... Beim... Spiel... Wo war das denn? War das Dortmund gegen Bayern? Wo irgendwer sagte, zumindest Dortmund hat gegen Bayern versucht zu gewinnen und nicht nur nicht zu verlieren Weil irgendwie, das war nämlich... Ich weiß nicht... Da hat Dortmund, glaube ich, gegen Berlin gespielt oder so und die haben sich 90 Minuten nur hinten reingestellt Und da haben sie 0-0 gespielt Da haben die Berliner, glaube ich, gar nicht versucht zu gewinnen, sondern einfach nur versucht nicht zu verlieren Weil man in dem Spiel sagen muss, da war Berlin einfach auch besser Ja, die haben sich aber auch 90 Minuten hinten reingestellt Und so ist das ja dann in dem Moment quasi bei Clash Royale auch, wenn die einfach nur versuchen zu verteidigen, ohne im Endeffekt eine Chance zu haben, auch mal selber was zu reißen Und dann irgendwie sich mit so einer scheiß Hütten-Kack-Taktik auf so 0-0 irgendwie einpendeln, ich finde das total behindert Ja, stimmt schon Macht ja auch da gar keinen Spaß Nee Weil du die ganze Zeit da nur drin stehst Weil du am Ende gut hast, am Ende ein Unentschieden Und bringt ja keinem was, ne? Richtig Wenn du vorhin Unentschieden wenigstens irgendwie 5 Pokale kriegen würdest, könnte ich ja noch das verstehen, aber so Nix für Ich meine, das dürfen sie auch nicht machen Weil wenn du vorhin Unentschieden auch noch Pokale bekommst, mach mal Regen aus Wenn du vorhin Unentschieden auch noch Pokale bekommst Äh Clear Weather oder so? Irgend so was Irgend so was Hä? Versteh ich nicht Wetter Meister Matthias Duration in seconds, ja, weiß ich nicht Ah, warte mal jetzt hier Google Nummer Mienekraft Minecraft Regen an, aus Alter Scheiße Scheiße Regen Befehl Weather Alter Clear ist Probier mal Slash Weather Leerzeichen Clear Jo Hab ich das nicht eben schon eingetippt? Das geht doch Alter, diese Kacke Graspisdinger hier, ey Mein Gott Ja, und dann ist natürlich auf der anderen Seite Äh, noch dann Clash of Clans, ne Wobei man natürlich momentan auch nicht so ganz so weiß, wohin geht denn die Reise von Clash of Clans Äh, Merz Ich denke mal, wenn das hier rauskommt Ich denke mal, werden diese Folgen dann auch zeitnah nach Äh, Erstellung veröffentlichen Das heißt, das Merz-Update wird noch nicht draußen sein Vielleicht gibt's schon die ersten Sneak Peaks, die sollen ja jetzt dann Äh, Mitte März auch kommen Ja, mal gucken, also es wird ja spekuliert, es soll eine neue Truppe kommen Also es wird auf jeden Fall eine neue Truppe kommen, das haben sie ja schon gesagt Ja Äh, was es für eine Truppe sein wird Keine Ahnung, es wird ja Vermutet, es wird eine Truppe sein für Rathaus 10 Beziehungsweise ab Rathaus 10 Mal gucken Also eine exklusive Truppe für Rathaus 10 Wird ja auch keinen Sinn machen Weil Hast du eine Truppe für Rathaus 10, die du für Rathaus 11 nicht benutzen darfst Das wäre ja Ja, der kleine, sie geht ja nur ab, nach oben hin Die müsste ja, wenn du dann upgradest, gehst die wieder weg oder was Viele Leute beschweren sich ja aktuell Ja, klar, das geht nicht Viele Leute beschweren sich ja aktuell, die Rathaus 10 sind Das ist natürlich so ein bisschen so Ja, im Grunde so das schlechteste Rathaus ist, was du momentan sein kannst Weil Ja, du bist halt vor Rathaus 11, die die ganzen coolen Sachen haben Weil ich das auch nicht so ganz nachvollziehen kann Weil du kriegst ja die Infernus dabei noch Aber du kriegst halt keine neuen Truppen, ne? Naja Das ist halt der Unterschied zu den anderen Rathausern Wo du dann schon mal eine Truppe hast, die du dazu kriegst Und das ist jetzt halt hier nicht bei Rathaus 10 Gucken, dass das jetzt hier gescheit funktioniert Aber das sieht ganz gut aus, wenn wir das dann schon mal haben Können wir dann schon mal gleich den Weg schon mal machen Und dann können wir schon mal anfangen, die Türmülls zu bauen Ich hoffe, das passt jetzt alles halbwegs Sollte das eigentlich alles auch gescheit funktionieren Ja, hier passt was nicht bei mir War klar Ja Du mal 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke geht der Zaun Komm, wir haben in der Mitte wieder verbaut 1, 2, 4 Zum Glück relativ am Ende verbaut Dann ist es nicht so schlimm So, zack Reden und bauen, das ist nicht so meins Weißt du doch Weder noch, ne? Ja, weder noch, weder noch Zack, 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 vier Stück Und dann noch 1, 2 Und die letzte noch Oh, der ist noch ein bisschen höher Bei Clash Royale gab's ja jetzt schon so viele, einfach schon so viele Updates, ne? Das Spiel ist kaum draußen und es war schon irgendwie Es gab schon bestimmt, glaub ich, drei oder vier Updates, die da schon rausgekloppt wurden Also, das fand die auch ein bisschen komisch eigentlich Ja, weißt du aber, ganz ehrlich Das Spiel ist auch nur beliebt, oder so beliebt, weil es Clash of Clans ist Hätten sie das, äh, Boom Royale genannt oder hätten Boom Beach Truppen genannt, hätten die Leute, die jetzt schreiben, ist es geil, hätten geschrieben, ist es scheiße Ja, ich mein, das Spielprinzip wäre ja trotzdem das gleiche Ja, trotzdem Ich schwöre dir, es wäre nicht so beliebt, wenn es, äh, nicht mit Clash of Clans Würde nicht so viele Leute spielen, das stimmt Aufgemacht wäre Ja, klar Eins, zwei, drei, vier, fünf Ja, gut, ich mein, das ist ja auch legitim, ne? Wenn du das erfolgreichste Spiel hast, äh, Mobile, dann, dass du dann irgendwann sagst Klar, da musst du die, die, die Kuh noch zu Ende melken, ne? Sooo Geh doch weg Ich hab endlich mal was richtiges gebaut Kannst du das nicht irgendwie einstellen, dass es die ganze Zeit, äh, hell ist? Ja, weiß ich nicht, google das mal bitte Tag, Nacht Jetzt müssen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke frei sein, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Warte mal Minecraft Mach einfach mal Minecraft Hier ist immer noch einer zu weit, scheiße Immer Tag Ne, hä? Doch 1, 2, 3, 4, 5, so Ah, ok, ich hab's glaube ich Warte Ok, der Zau muss doch noch einen weiter nach hinten, da muss der Stein, da muss der Stein hin Slash Ja Game Rule Ja Leerzeichen Ja Do Daylight Cycle Was? Do Daylight Cycle Do Day... Cycle Falls, oder was? Ja Ja Ich weiß auch nicht, ob das jetzt, ich hab keine Ahnung, ob das, ob man das jetzt so macht, ob das so stimmt Game Rule Do Daylight Cycle, erst wenn Updated to Falls, ja, scheint zu passen, so Ob das jetzt tatsächlich so ist, das kann ich dir nicht sagen, so Jetzt gab's ja das, da gab's irgendwas Legenden-Update bei Clash Royale, dann kannst du in der Legenden-Arena Was bei Clash Royale mir echt noch auf die Eier geht, ist halt das extreme Pay-to-Win Das stimmt Also, allein schon für so eine super magische Kiste da irgendwie 30 Euro rauszudreschen, das ist echt schon hart Zumal die Truppen, die du da rauskriegst, auch so OP sind, dass du ohne, gar keine Chance hast Wo ich jetzt gegen dich gespielt hab und du hast diese Truppen davon Ja, ich krieg auch mit den Truppen auch oft genug auf die Eier Ja gut Also Ich hab die Prinzessin auf 1, also das ist noch nicht so, was man da sagt, die ist schon so super Und wenn ich mir so Clash Royale TV angucke, sind auch viele von den Top-Spielern, die das nicht benutzen Also die Prinzessin zum Beispiel nicht benutzen So, dann gucken, dass ich jetzt noch weiterbaue Was baust du denn da hinten schon? Die Wand hinten, den Zaun Ah, okay So, deine Seite war schon fertig? Ja Das ist der Typ Ja, wo haben wir das später noch? Jetzt mal die Steine Die Steine sind eigentlich breit Die Steine sind breiter, da muss ich mal gucken Was natürlich der riesige Vorteil bei Clash Royale ist, ist halt, dass du gegen deine Freunde direkt spielen kannst Ja Äh, und dass du natürlich auch so Turniere quasi organisieren kannst, so wie wir das jetzt auch gemacht haben Das ist natürlich schon ganz cool Das stimmt wohl, so Jetzt ist da quasi ein Ein Block frei Ja 1, 2, 3, 4 Und 4 Blöcke ist der Achso, die Breite von dem Turm 4x4 Er muss halt genau passen, ne? Der Mitte ist ja auch breiter als die anderen Ja, 4x4 ist der der Die anderen sind 3x3 Und der fängt nach einem noch an Ist nicht Regen ausgestellt? Kollege? Jetzt Hattest du das nicht immer aus? Keine Ahnung Ne, ich hab das Die Nachttagscheiße ausgemacht Ist das Holz wohl der Boden oder Acker? Nein, ich bin wieder verbaut Nein Ich verbau mich quasi eigentlich am laufenden Band, kann man sagen Entweder baue ich es zu schmal oder ich baue es nicht in der Länge, nicht lang genug, das ist ja unglaublich Braune Clay Oder sollen wir da Bretter nehmen? Für was? Für den Weg Also in der Mitte sind es Bretter über den Fluss Jaja, aber Eigentlich bräuchten wir braune Clay oder braune Wolle oder sowas Gibt's doch Hellbraun? Ja, klar gibt's ja Muss man nur gucken Nee Aber nicht hellbraun Kannst du nicht färben? Es gibt braune Wolle, die ist aber dunkelbraun Du kannst doch färben Ja, ich hab doch im Game Mode alles was ich färben könnte Ja, ja, ich färben kann Matthias, ich hab alle Items der Welt Ich nehm jetzt einfach mal Clay und guck wie das aussieht Muss halt gucken, dass sich das ein bisschen auch absetzt von diesem Ja, ist schon klar, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs sind frei, ne? Jeweils einen von da Guck mir das erstmal von oben ein Sieht doch schon ganz ordentlich aus hier So, da müsste der Weg sein Über eins, zwei, vier, vier Das sieht scheiße aus Kannst wegen mir so vordingsen, aber ich würde trotzdem sagen, wir nehmen am Ende trotzdem Bretter Ja, dann können wir das am Ende ja testen, das ist ja egal, so Oder halt normales Holz oder sowas Also der geht jetzt vier mal vier, hab ich richtig geguckt, ne? So Wie wird vier mal vier? Breite, um den Turm drumrum Ja, der Turm ist, äh, eins, zwei, drei, vier Blöcke entfernt vom Rand Oben An der Seite zwei Ja Ja So dass du dich nicht verbaust und das gescheit einplanst Ich hab's jetzt genau wie auf dem Bild Der Bild hat's wie auf dem Bild So, da ist's noch dahin So Nein, ich darf mich nicht immer verbauen Hör doch auf Halt mich doch davon ab, mich zu verbauen Du bist zu drei weg vom Rand Die drei müssen übrig bleiben, okay Also Legt's mir doch am Arsch da Bis hier Wie sieht's aus? Oh, ganz gut Wie wollen wir denn den Turm später bauen? Das haben wir sich auch noch nie Ja, den Turm müssen wir uns dann überlegen Der ist natürlich ein bisschen detaillierter Als wir das wahrscheinlich machen können Aber ich würd sagen, wir sind erstmal durch mit der zweiten Folge Yay! Verabschieden uns und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Genau, bis später Ciao Ciao Vielen Dank.